Hallo, hier ist Patrick Müller von iTrust. Willkommen zu unserem Podcast «Digital erfolgreicher Arbeiten für Führungskräfte und digitale Champions». In der heutigen Episode geht es um den verantwortungsvollen Umgang mit KI und das werde ich zusammen mit Cornelia Diethelm ausdividieren. Cornelia ist Expertin für digitale Ethik, Unternehmerin und Verwaltungsrätin und ich freue mich jetzt sehr, mit dir über dieses spannende Thema zu diskutieren, liebe Cornelia. Schön, bist du mit dabei. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne, Cornelia. Ich glaube, die Ausgangslage ist relativ klar. Es gibt wohl kaum ein Unternehmen, das nicht über den Einsatz von KI nachdenkt und ich bin selbst Zeuge davon, dass es einige Unternehmen gibt, die bereits KI-Initiativen gestartet haben. Und wenn wir in dieser Podcast-Folge KI sagen, dann meinen wir die generative KI. Wie quasi JetGPT, Microsoft Copilot und wie sie alle heissen. Liebe Cornelia, aus deiner Sicht, was sind jetzt die wichtigsten, die grössten Fallstricke für Führungskräfte im Zusammenhang mit KI? Zähle doch die mal vielleicht auf, damit wir einen Überblick haben. Ja, ich würde mal die drei wichtigsten aufzählen. Und zwar das eine ist für mich sicher, dass die Ergebnisse nicht neutral sind. Das heisst, da interpretieren wir zu viel rein. Eng damit verbunden ist, dass wir eigentlich auch zu viel Vertrauen diesen Systemen entgegenbringen. Also wir haben das Gefühl, was da rauskommt, ist wahr, ist korrekt. Das muss auch nicht so sein. Und das dritte ist natürlich auch dieser Fallstrick. Wenn ich KI einsetze, dann sind meine Mitarbeitenden produktiv. Auch das würde ich in Frage stellen. Okay, gut. Das ist doch schon mal eine Ansage. Ich würde sagen, steigen wir ein in den Ersten. Die Ergebnisse sind neutral. Dieser Fallstrick. Möchtest du den mal kurz etwas ausdefinieren vielleicht? Ja, ich denke, Technologien oder auch KI haben so eine Faszination. Und wir haben das Gefühl, ja, wir Menschen sind emotional. Wir haben vielleicht Präferenzen und die Systeme haben das nicht, sind also objektiv. Und das kann gar nicht sein, denn das basiert ja auf Daten. Und diese Daten, die haben ja wir geschaffen, die wurden zu einer gewissen Zeit erhoben. Nicht alle Menschen auf dieser Welt sind in diesen Datenbanken abgebildet. Das heisst, die können gar nicht neutral sein, sondern ihre Qualität hängt sehr stark davon ab, wie gut eben diese Datenqualität ist. Und die kann per se nicht so vielseitig sein wie unsere Welt. Also haben wir da eigentlich permanent, ja, Restriktionen, Limiten. Es ist weniger vielfältig, als unsere Welt eigentlich ist. Was ist in der Praxis, wenn du das so sagst? Also du sprichst ja faktisch über die Trainingsdaten, die, ich sage es mal, gewisse Tendenzen aufweisen, potenziell. In der Praxis, wie äussert sich das? Oder wie kann man so einen Fallstrick dann für Führungskräfte vielleicht skizzieren? An einem, vielleicht an einem einfachen Beispiel. Ja, ganz guter Punkt. Denn das eine ist natürlich das Handwerk, aber das müssen die Anbieter managen. Oder mit der Datenqualität und mit dem Training. Aber die Führungskräfte und auch die Mitarbeitenden müssen natürlich die Ergebnisse unter diesem Aspekt anschauen. Also hat es da immer zum Beispiel so gewisse Stereotypen, oder was vielleicht Männer, Frauen angeht. Oder haben wir einfach immer nur weisse Menschen auf einem Foto. Oder haben wir auch Stereotypen in den Texten. Also wenn man weiss, dass es diese Einseitigkeit gibt, dann erkennt man viel mehr solche Stereotypen. Und man erkennt viel mehr eben auch Verzerrungen. Oder dass diese Daten einfach vor allem aus der westlichen Welt stammen. Und deshalb sind es dann vielleicht eher westliche Häuser, westliche Kleider, die all diese Menschen tragen. Und die Sensibilität hilft bereits, das Ergebnis kritisch zu reflektieren. Und gerade zum Beispiel auch ein spannender Aspekt sind regionale Sujets. Also wenn ich zum Beispiel ein regionales Unternehmen bin, dann helfen mir solche Bildgeneratoren nicht, die mir permanent zeigen, wie es in einer grossen amerikanischen Grossstadt aussieht. Oder dann bin ich vielleicht mit einer regionalen Fotografin besser bedient. Interessant. Inwiefern, glaubst du, kann man in der Praxis, oder was ist deine Überzeugung da, inwiefern kann man in der Praxis, wenn man das weiss, dass diese Tendenzen bestehen, die ausmerzen, zum Beispiel in den Prompt, so weisst du, dass du das mitigierst, dass du zum Beispiel sagst, ich bin jetzt bewusst hier im zum Beispiel Kanton Zug, ein regionales Unternehmen, bitte mach mir bewusst ein regionales Bild zum Thema XY, um das jetzt etwas plakativer zu machen. Was ist deine Meinung dazu? Ist das realistisch, oder ist das ein Wunschdenken? Es ist zu einem gewissen Teil realistisch, weil diese Modelle wurden natürlich so getrainiert, dass sie die Stärke haben in der Masse. Das heisst, alles, was in einer gewissen Menge vorhanden ist, das kann es abbilden. Und ich kann das mit einem guten Prompt auf jeden Fall rausholen. Aber man kann eben nicht alles. Also wenn Sachen nicht vorhanden sind oder zu wenig vorhanden sind in diesem Training, kann es das nicht. Und ich glaube, gerade regionale Themen sind ein gutes Beispiel. Das geht wahrscheinlich dann nicht. Es ist vielleicht eine Chance in der Zukunft, dass es durchaus regionale oder nationale Anbieter gibt, die genau eigentlich als USP diese Vielfalt haben. Und wir dann sagen, ja genau, dafür nehme ich wirklich einen Schweizer Anbieter, weil dann habe ich typische Schweizer Verkehrsmittel und eine typische Schweizer Stadt und eben nicht dieses Backsteinhaus wie in Amerika. Das Bild ist ja das Plakativste. Es ist lustig. Ich habe mit einer Expertin gesprochen über Fairness in KI und sie hat genau dieselbe Kernaussage gemacht. Und das Plakativste ist ja schon das Mann-Frau-Thema, glaube ich, finde ich. Und vielleicht auch das Hautfarben- oder das Ethnien-Thema. Und es ist lustig, ich habe dann einige Experimente im Bildgenerator gemacht seinerzeit, um dieses so richtig Plakative vorzuheben. Und witzigerweise gibt es ja auch Bestrebungen dieser Anbieter, dass das eben auch rausgenommen wird. Und meine Erfahrung ist jetzt aktuell, dass die ganz plakativen Dinge, die passieren eigentlich nicht mehr. Also die ganz offensichtlichsten. Aber ich glaube eben, es gibt sehr viele Details, die dann eben nicht so plakativ sind. Und die sind nach wie vor da. Das Backsteinhaus finde ich jetzt zum Beispiel ein sehr realistisches Beispiel. Ich finde aber auch im Textumfeld eine zum Beispiel amerikanisierte Sprache, so etwas übertrieben, etwas blumig, zu blumig vielleicht für Schweizer oder Dachraum. Das ist wirklich offensichtlich, finde ich. Das kann man ausmerzen. Genau. Es ist, wie du sagst, gewisse Sachen sind augenfällig, andere fallen uns nicht so auf. Und wir gehören natürlich auch immer zur Mehrheit, oder? Also wir sind dann nicht die, die sich auf Stereotypen reduziert fühlen. Und ich glaube auch, dass das ein wichtiges Thema ist, um eben gerade Minderheiten zu schützen. Auch Menschen zum Beispiel mit einem Handicap, die kommen dann einfach nicht mehr vor. Und wir übernehmen dann eben auch Bilder im Kopf, die so einfach nicht die Realität abbilden. Okay, also sehr wichtig. Ich würde auch sagen, wenn man das im Bewusstsein hat, kann man sehr viel davon, zumindest das, was man weiss oder bemerkt, rausnehmen oder rausmitigieren. Allerdings merke ich jetzt, wenn du das gesagt hast, das, was ich nicht merke, werde ich natürlich nicht rausbringen. Aber ich glaube auch, man kann beim Prompt ansetzen, man kann das Ergebnis kritisch reflektieren und man kann zum Teil auch sagen, dafür ist dieses Tool nicht geeignet. Ja. Auch das ist eine Variante. Und da bricht ja nicht die Welt zusammen, oder? Wenn man mal sagt, für diese regionale Kampagne nehme ich weiterhin regionale Sujets, regionale Personen, die mir da gute Fotos schiessen. Ich glaube, es ist wirklich eine Ergänzung. Es ist auch viel zu viel rein interpretiert, weil wir das Gefühl haben, wir müssen jetzt alles damit tun. Ich glaube, es ist eine wahnsinnig wertvolle Ergänzung, aber kein Ersatz für alles, was wir schon kennen. Also, das würde ja auch dafür sprechen, den einen Satz clever zu machen und nicht, das finde ich ein guter Punkt, nicht in jeder Situation zwingen, das jetzt zu nutzen. Finde ich ganz gut. Okay, also, es ist eine Bewusstseinsfrage. Sind wir uns dem bewusst? Vielleicht auch eine Trainingsfrage, damit wir das richtig machen. Vielleicht noch ein kleiner Tipp zu diesem Thema, finde ich jetzt, für meinen Geschmack. Ich habe viel experimentiert zum Thema Text. Ich zum Beispiel nutze sehr viel Coaching-Funktionalität von KI, also konkret jetzt den Microsoft Co-Piloten beim Verfassen von E-Mails, wo ich zum Beispiel genau weiss, ich treffe da den Ton nicht richtig und ich bin irgendwie innerviert und das kommt dann total rüber in dieser E-Mail oder so und ich nutze dann das. Aber was wirklich wichtig ist, wenn man das 1 zu 1 ersetzt zum Beispiel, oder wenn man das 1 zu 1 nutzt, dann ist die Seele oder der Stil oder das, was ich eigentlich ausstrahle, das ist immer weg. Das ist immer wie ausradiert und ich bin dann nicht mehr, das merkt das Gegenüber auch, sofern man einen gewissen Berührungspunkt hat. Ich glaube, das ist wichtig, dass man nur Elemente daraus nimmt. Okay, also sehr spannend. Also, Ergebnisse sind nicht neutral. Wir sind uns dem bewusst. Dann haben wir einen Fallstrick schon mal mitigiert. Der zweite, den du erwähnt hast, Ergebnisse sind korrekt oder eben nicht korrekt. Möchtest du da noch etwas ausformulieren? Und ich glaube, da ist es wichtig, etwas in die Technologiekompetenz zu investieren. Das bedeutet nicht, dass wir Nerd sein müssen oder kodieren, aber wir müssen wissen, wie diese Systeme ganz, ganz grob funktionieren, weil dann sehen wir auch, weshalb es in gewissen Anwendungsfeldern speziell gut sind und in anderen schlecht. Und bei diesen Textgeneratoren zum Beispiel, das basiert auf Wahrscheinlichkeitsrechnung. Also ist das Ergebnis zwar erstaunlich, aber es ist halt eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und deshalb können wir auch zum Beispiel sagen, gib mir noch eine andere Variante und eine dritte und eine vierte. Es generiert jedes Mal, basierend auf statistischen Gewichten, die es gelernt hat, die in diesem Modell drin sind, generiert es jedes Mal neuen Text. Und das ist für uns sehr schwer vorstellbar. Deshalb glaubt man es fast gar nicht. Aber dieses Grundverständnis ist extrem wichtig, weil das erklärt, weshalb gewisse Dinge falsch sind oder gut tönen, aber falsch sind. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man etwas von der Materie versteht. Also wenn ich etwas generieren lasse über meine Expertise, dann kann ich relativ gut sagen, diese 70% sind super, übernehme ich und das muss ich korrigieren oder löschen. Wenn ich nicht von dieser Expertise eine Ahnung habe, dann tönt es super und dann übernehme ich es. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich da Fehler einschleichen, ist sehr gross. Und gerade wenn es um Kommunikation geht zwischen Menschen oder um Überzeugungsarbeit, ist es eben ein Grundsatz, dass die Informationen wahr, korrekt sein müssen. Und da vielleicht auch noch den Hinweis, dass eben viele auch diese Textgeneratoren mit einer Suchmaschine verwechseln. Also das fliesst etwas zusammen, aber es ist technologisch gesehen einfach etwas anderes. Also ob etwas basierend auf Wahrscheinlichkeitsrechnung gebildet wird oder ob wir einen Index haben von verschiedenen Websites, die dann quasi gesucht und gefunden werden. Das sind zwei extrem unterschiedliche Konzepte. Und im Moment mit Perplexity AI zum Beispiel oder mit Google wächst das zusammen, aber es sind wie zwei Technologien, die da zusammenkommen. Und ich glaube, dieses Missverständnis, dieser Fallstrick, dass ein Textgenerator wie JetGP, die eine Suchmaschine ist, ich glaube, das hat damit zu tun, dass eben Microsoft relativ schnell JetGP integriert hat in Co-Pilot. Und dieser Unterschied ist extrem wichtig, weil Suchen, das ist natürlich für uns etwas, das machen wir pro Tag gefühlt 100 Mal, das ist ein wahnsinnig wichtiges Bedürfnis. Aber wenn man weiss, dass Textgeneratoren Wahrscheinlichkeitsrechnungen sind, dann ist ein klassischer Textgenerator keine Suchmaschine. Sehr spannend. Und trotzdem hat es immer auch Suchaspekte mit, also sehr oft auch Suchaspekte mit dabei, weil die Suchen ja teilweise auch quälen oder sehr oft auch quälen. Es hat ja immer auch einen Suchaspekt drin, finde es aber sehr wichtig, dass du das so schön differenzierst, dass es keine Suchmaschinen-Funktionalität hat, sondern einfach aus historischen Daten basiert, oder? Das ist ja deine Kernaussage. Genau, genau. Also ein klassischer Textgenerator generiert wirklich neuen Text aus dem, was es gelernt hat. Und in diesem Neuen, also das ist wirklich auch neu, da wird immer Neues generiert. Und bei einer Suchmaschine ist das nicht wirklich ein Auffinden. Also man indexiert, was ist alles im Netz und dann findet es es auf. Früher war es natürlich auch so, dass diese Modelle zu trainieren ist wahnsinnig aufwendig. Das heisst, das war per se schon in der Vergangenheit. Also wenn man Chachipiti dann gefragt hat, wer ist jetzt im Bundesrat, dann waren das veraltete Informationen. Jetzt kommen ja da auch Informationen vom Internet rein. Das führt aber zu anderen Problemen, dass ich manchmal etwas zusammengefasst haben möchte und er dann zusätzliche Informationen noch aus dem Internet holt. Also das kann auch wieder zu Unwahrheiten führen. Und der Weg ist wirklich, dass man dann die Suchmaschine mit Textgeneratoren quasi kombiniert. Also so wie Perplexity AI und Search-GPT oder so soll es glaube ich auch noch gehen und Google geht in diese Richtung. Also dass man eigentlich eine Suchmaschine hat und das Ergebnis wird mit einem Textgenerator aufbereitet. Aber rein technisch einfach das Verständnis, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Einfach die Funktionen. Und deshalb ist diese Technologiekompetenz, wie funktioniert es, ist extrem wichtig, um dann auch vom Ergebnis her gewisse Sachen zu verstehen. Dass man nicht einfach weiss, ah, das kann nicht wahr sein, sondern dass man wirklich versteht, weshalb es eben nicht wahr sein muss und häufig gut tönt, eben sprachlich. Das ist natürlich eine super Kompetenz. Deshalb eben sagst du auch, bei E-Mails kann es zum Teil sehr wertvoll sein. Die eloquente Ausdrucksweise ist ganz klar eine Stärke. Man kann auch sagen, mach mir einfache Sprache zum Beispiel oder mach es mir speziell freundlich. Also das ist eine wahnsinnige Stärke. Aber der korrekte Inhalt ist keine Stärke, weil es auf Wahrscheinlichkeitsrechnung basiert. Und es wird natürlich auch hier immer genauer, wenn man Systeme hat, die dann vielleicht nur die Information, die ich direkt reingebe, quasi beachtet und nicht noch andere Dinge. Also da passiert natürlich in nächster Zeit auch sehr viel. und deshalb vielleicht wirklich auch der Appell, man muss sich schlau machen, wie sie grundsätzlich funktionieren. Diese minimale Technologiekompetenz, die brauchen Führungskräfte. Das finde ich ganz, ganz, ganz ein schöner Punkt, absolut. Das heisst, eine Initiative sollte, ist auch meine Überzeugung, immer auch ein kleines, muss nicht unglaublich breit sein, aber ein kleines Ausbildungselement haben, damit man nachher besser damit umgehen kann. Das finde ich ganz spannend. Und ein zweiter Gedanke geht mir durch den Kopf, wenn ich dir zuhöre, nämlich, ich persönlich bin der Meinung, dass diese KI insbesondere die Profis noch stärker macht, oder die Domänen-Profis noch stärker macht, und die, die vorher schon nicht stark waren, auf einem Thema enorm anfällig, beziehungsweise verwundbar machen, weil sie eben da fast keine Möglichkeit mehr haben, die Facts zu checken, beziehungsweise es ist unheimlich schwierig, einen Fakt zu, oder auch aufwendig, einen Fakt zu hinterfragen, finde ich, oder? Ja, ich denke, auch sprachlich haben die, die im Moment vielleicht Nachteile haben, die können relativ schnell sprachlich aufrüsten, aber inhaltlich bin ich bei dir. Wenn du jetzt schon ein kritischer Geist bist und auch etwas investierst, wie mache ich einen guten Prompt oder kritisch denken, was kommt da raus, dann wirst du wahrscheinlich mit diesen Tools besser arbeiten können und du wirst sie auch am richtigen Ort einsetzen, als wenn man etwas faul ist und das Gefühl hat, mit deinem Knopfdruck kann ich jetzt mir da eine wahnsinnige Arbeit generieren lassen, das funktioniert schlicht nicht. Also, es geht nicht ohne den Menschen und da sind wir vielleicht auch beim dritten Fallstrick. Wir haben im Moment übersteigerte Vorstellungen, was die Produktivität angeht und insbesondere Führungskräfte. Es ist verlockend zu sagen, ah, jetzt haben wir diese Tools und man erwartet dann von den Mitarbeitern, dass sie viel schneller sind und die Mitarbeitern beklagen sich auch schon, dass das einfach unrealistische Vorgaben sind, weil, wie wir es jetzt auch bei diesen Beispielen gesehen haben, es braucht immer noch der Mensch, der einen guten Prompt macht, der ist manchmal sehr aufwendig. Man muss auch immer noch wissen, was will ich überhaupt? Ein System ist nur so gut, wie auch ich weiss, was ich will und man muss ja immer auch das Ergebnis kritisch beachten. Also, ein einfaches Mail oder einfache Dinge kann man vielleicht automatisiert rauslassen, aber sobald es etwas komplexer wird, eine Zusammenfassung, eine Rede, eine Arbeit, dann ist das ein Hilfsmittel, ein Werkzeug. Und deshalb im Moment reden wir viel von mehr Produktivität, aber wir haben das auch bei anderen Technologien schon gemacht und ich sage eher, es verändert unsere Arbeit, aber tendenziell nimmt die Komplexität zu. Also, wir werden zum Beispiel mit generativer KI, wird die Kommunikation anspruchsvoller. Es wird erwartet, dass wir zum Beispiel Informationen nicht nur als Text zur Verfügung stellen, sondern auch als Audio und Video. Oder es wird vielleicht erwartet, dass wir weniger Textwüsten haben, sondern mehr auch Illustrationen. Also, ich glaube wirklich, es ist eine Veränderung, aber auch eben mit dem Backslash, dass vielleicht das Tempo und die Erwartungen eben noch höher werden. Also, ich glaube nicht so sehr an die Hängematte, sondern ich glaube wirklich, es wird eher anspruchsvoller, weil mit neuen Möglichkeiten steigen natürlich auch die Erwartungen, mehr zu bieten. Und ich glaube, wir müssen wirklich auch KI im positiven Sinne einfach als Ergänzung anschauen, dass die Qualität verbessern kann, dass vielleicht auch die Inklusion verbessern kann, weil wir auch intuitivere Möglichkeiten haben, Informationen an die Leute zu bringen und einfach etwas wegzukommen von der reinen Produktivität. Also, wir werden nicht einfach nur schneller und haben viel weniger Arbeit. Ich glaube wirklich, dass wir sollten es qualitativ anschauen. Es kann unsere Arbeit verbessern, es kann uns helfen, uns auf die Denkarbeit zu konzentrieren, aber wir werden mehr Denkarbeit dann eben auch leisten. Okay, also eine Veränderung, Verlagerung der persönlichen Arbeitsweise, wenn ich dich da richtig verstehe. Darf ich noch auf etwas eingehen, das nimmt mich jetzt wundern. Du sagst, es gibt eine übersteigerte Vorstellung der Produktivitätsgewinne seitens der Führungskräfte. Unrealistische Vorgaben, habe ich herausgehört. Wo nimmst du das in der Praxis wahr oder wie manifestiert sich das in der Praxis aus deiner Sicht? Ja, ich merke das zum einen in meinen Kursen, die ich habe und da kommen Personen, die sich mit dem verantwortungsvollen Umgang solcher Tools beschäftigen, die mir dann eben auch sagen, dass das wie erwartet wird, aber sie einfach sehen, wenn sie das nutzen, dass das nicht so ist. Was dann natürlich auch die Frage hinterlässt, nutzen es die Führungskräfte selber auch? Also haben sie diese Erfahrung oder ja, im schlimmsten Fall eben nicht. Und ich merke es auch, wenn ich unterrichte, also ich bin an verschiedenen Fachhochschulen, in Studiengängen auch sehr unterschiedliche Professionen und auch da nehme ich das wahr, dass sie wirklich zum Teil sich beklagen über unsinnige Vorgaben und das kann natürlich auch etwas demotivierend sein, mit diesen Tools zu arbeiten. Weil wenn man sagt, ich arbeite damit, wird schon etwas impliziert. Aha, dann bist du aber sicher schneller, oder? Und das ist man im Moment wirklich nicht. Und generell, dieses Produktivitätsversprechen hat sich auch in der Vergangenheit eigentlich nicht bewährt. Ich glaube wirklich, die Welt wird immer komplexer, sie wird schneller und diese Tools helfen uns überhaupt, diese Komplexität zu bewältigen. Was vielleicht noch wichtig ist für Führungskräfte. Für Führungskräfte ist eigentlich Effektivität wichtiger als Effizienz. Also ich finde auch, man muss etwas möglichst effizient tun, aber das Wichtige ist ja, machen wir das Richtige. Also Führungskräfte sollten sich viel mehr darauf konzentrieren. Machen wir das Richtige? Und ich glaube schon, dass die Effizienz zum Teil da gerade in der Führungsriege etwas einen zu hohen Stellenwert hat. Weil das falsche Effizienz zu tun bringt eigentlich gar nichts. Dann lieber das Richtige tun und vielleicht noch etwas Potenzial für die Effizienz. Absolut einverstanden. Was ich jetzt, wo ich jetzt ein bisschen kämpfe mit der Aussage ist, mit dem Thema, wir werden nicht produktiv. Ich meine, wo ich total einverstanden bin mit deiner Aussage ist, ist, dass auch wenn wir produktiver werden, dass das nicht den Druck nimmt, weil dann einfach die ganze Welt schneller geworden ist. Damit ist es mehr oder weniger wieder gleich oder vielleicht noch schlimmer als vorhin. Ich meine, das ist, das glaube ich auch, das ist aber ein Gesellschaftsphänomen wahrscheinlich in unserer Welt. Was ich aber schon nicht ganz sicher bin, ist, wenn man weiss und wenn man die Kniffs dieser Tools richtig im Griff hat, glaube ich schon, dass es auch ein Produktivitätspotenzial gibt. Dass das wahrscheinlich übersteigerte Erwartungen sind, das glaube ich schon auch, also da würde ich unterschreiben, aber im Grundsatz, wenn ich es clever mache, kann mich natürlich die generative KI massiv beschleunigen, je nach Arbeitsprofil natürlich. Also ich war vielleicht da etwas radikal, ich gebe dir recht, es ist sicher auch ein gewisser Produktivitätsgewinn. Die Frage ist einfach, wie viel davon wird dann wieder aufgefressen, weil mein Jobprofil anspruchsvoller wird oder weil ich dann eben statt nur auf Text dann auch Bilder generieren muss und das als Video und Audio zur Verfügung stelle. Also sehr häufig werden einfach diese Produktivitätsgewinne wieder aufgefressen, weil sich das Jobprofil ändert und tendenziell eben anspruchsvoller wird. Vielleicht kann man wie sagen, wir sollten die Produktivität einfach nicht zu stark überhöhen. Im Moment wird es manchmal wirklich überhöht, habe ich das Gefühl. Naja, das verstehe ich. Aber was ich mega interessant finde, das ist zum Beispiel auch meine Überzeugung, jetzt schon passiert das, in unserem Unternehmen oder in Unternehmen, die modern denken, ist es heute schon so, wenn du ein E-Mail kriegst, das zum Beispiel nach einem Komma das mit einem S geschrieben ist oder Gross-Kleinschreibung wirklich radikal nicht eingehalten wird oder so ganz normal, so Basis-Orthografische Elemente völlig missachtet werden, dann ist heute, es sind sehr viele Leute bereits beim Schluss, es kann heutzutage schon nicht sein, dass jemand so faul ist und das nicht durch eine KI durchlässt, um wenigstens diese Stockfehler, will ich jetzt sagen, zu eliminieren. Also das ist ja schon heute der Qualitätsanspruch oder bei vielen ist der ja schon gestiegen, nur schon durch diese eineinhalb, zwei, wie viele Jahre auch immer das jetzt schon flächendeckend da ist. Ist ja ein gutes Beispiel, oder? Für diese Person ist eigentlich das mit einem Mehraufwand verbunden. Solche Fehler werden gar nicht mehr akzeptiert, weil man weiss, hey, es gibt ja ein Programm, nutzt das gefälligst, oder? Von dem her ein perfektes Beispiel, unsere Fehlertoleranz nimmt in gewissen Dingen ab, weil wir wissen, das geht doch und hier, ich glaube, auch diese Sachen werden ja auch integriert in bestehende Programme, das wird dann mit der Zeit auch mit weniger Aufwand verbunden sein. Ja, absolut. Sehr spannend. Okay. Liebe Cornelia, kommen wir zu einer kleinen Zusammenfassung. Du sagst, es gibt grundsätzlich drei Fallstricke, nämlich A, man muss wissen, dass die Ergebnisse nicht neutral sind und mit dem richtig umgehen. B, man muss wissen, dass die Ergebnisse nicht korrekt sind, sondern auch Wahrscheinlichkeiten basieren und das auch hinterfragen und das Resultat dann eben korrekt machen, sollte es nicht korrekt sein. Und du warnst vor übersteigenden Vorstellungen der Produktivitätsgewinne. Das sind so die drei wichtigsten Fallstricke, die du erwähnt hast. Liebe Cornelia, gibt es noch etwas, was ich jetzt völlig vergessen habe, dass das noch platziert werden muss in diesem Umfeld, was unbedingt gesagt werden muss? Ja, was vielleicht zu diesen Fallstricken passt, ist wirklich ganz wichtig, die Führungskräfte sollten wirklich alles, was sie den Mitarbeitenden auferlegen, selber ausprobieren. Ich finde, das ist extrem wichtig für die Glaubwürdigkeit, aber auch für eine realistische Einschätzung. Und das Zweite ist, weil diese KI da ist, weil sie einen Nutzen stiften, weil sie nicht mehr weggeht, unbedingt auch intern die Mitarbeitenden abholen und in Schulungen investieren, damit sie diese Systeme kennenlernen, damit sie in einem geschützten Raum mal prompten können. Ich denke, da können Unternehmen sehr viel Gutes tun, nicht einfach zu sagen, mich interessiert es und ich mache mich schlau, sondern wirklich die Mitarbeitenden mitzunehmen, weil es gibt auch Personen, die haben nicht so einen Zugang oder die haben Angst und ich denke, solche Angebote würden geschätzt werden und eine attraktive Arbeitgeberin ist ja heute auch ein wichtiges Thema und ich glaube, da könnte man wirklich auch zeigen, dass man eine gute Arbeitgeberin ist. Absolut, liebe Cornelia, du sprichst mir aus dem Herzen. Meine Erfahrung ist auch, wir machen ja viele solche Initiativen oder begleiten viele solche Initiativen in Unternehmen, dass das enorm geschätzt wird und dass das ein Investment ist, das sich schlussendlich auch für das Unternehmen selbst natürlich auch wieder auszahlen wird. In diesem Sinne, liebe Cornelia, vielen lieben Dank für deine Insights, für diese sehr, sehr spannende Diskussion. Ich freue mich, das weiter zu begutachten, du sicher auch. Ich freue mich auch, dass du der gleichen Meinung bist, dass das einfach ein Phänomen ist oder eine Entwicklung ist, die definitiv nicht mehr weg vom Tisch geht. Das heisst, man muss damit umgehen in einer vernünftigen Art und Weise. Ansonsten könnte es durchaus sein, dass man dann nicht mehr an der gleichen Position steht, wie man vorhin gestanden hat. Ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg weiterhin, liebe Cornelia und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Patrick. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020